Der Christian ist zwar eigentlich der Erfolgreichere, aber vielleicht dann in letzter Hinsicht doch auch der Gebrochenere. Also der, der nach Hause kommt und der vielleicht dann doch viel mehr merkt, wie unglücklich er eigentlich ist. Und der Georg ist vielleicht jemand, der mit sich selber viel mehr im Reinen ist, weil er auch bei seinem Vater geblieben ist und weil er vielleicht auch nicht so auf der Suche ist wie der Christian. Der Georg hat, glaube ich, mehr seine Bestimmung gefunden und der Christian ist viel verlorener und viel so fremdbestimmt, finde ich, auch in der Hinsicht, dass ihn so ein falscher Ehrgeiz leidet.